Hier ist schon wieder MC Masturbate für euch, jo. Wisst ihr was, Mann? Yo, Homies! Alles fit im Schritt? Es ist Dom's back in the Gebäude drin. Thema Kröten. Ich muss meine Kröten jetzt nicht mehr im Daddel-O-Mat versenken, sondern kann sie jetzt ganz gediegend zu Hause hüpfen lassen. Rattenscharf! Na, rafft ihr schon, was ich meine? Immer noch keine Peile? Battle-Toads, Leute! Ich schnall ab! Die Kecken-Hüpfer sind gerade mega angesagt. Vorher war mir das ja Schnuppe. Aber dann hab ich immer reingedaddelt und gemerkt, die Kröten sind echt krass, der Burner. Einziges Problem, das Ding ist echt beinhart. Beinhart wie ein Rocker! Du 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 du. Klar will man den Gegner mordsmäßig eins überbraten. Aber wer hat zwei Daumen, drei Beine und hat heftig keinen Bock drauf abzulosen? Nee, ganz im Ernst! Ich find das sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-scheiße! Deswegen macht das überhaupt gar keinen Bock, das mit der Meute zu zocken. Friendly Fire haut volle Kanne rein! Mein Kumpel so... ...und ich so... ...und ich so... ...und er so... Baby, don't hurt me! Don't hurt me! No more! So ein Popelfresser! Deswegen mach ich das schön alleine locker vom Hocker weg! Und dann schaff ich das... ...äh... ...vielleicht... ...irgendwie... ...irgendwo... ...irgend... ...wann! Ich schnappoliere mir jetzt noch ein Fufo... ...und dann bin ich raus! Wie ein Milchzahn! Feierzeander 22 5 5 6 ...